Also, grundsätzlich darf der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin fast alle Hobbys ausüben, die er oder sie möchte. Wenn Olaf Scholz jetzt also zum Beispiel gerne BMX fahren oder Fallschirm springen würde, dürfte er das prinzipiell tun. Allerdings muss ein Bundeskanzler auch bei seinen Hobbys einige Regeln beachten. Erstens gilt für einen Bundeskanzler die höchste Sicherheitsstufe in Deutschland. Er darf also nicht einfach alleine drauf loslaufen, zum Beispiel zum Fußballstadion, sondern wird dabei immer von Bodyguards begleitet. Auch wenn er joggen geht, müssen die Bodyguards mit, egal bei welchem Tempo. Die zweite ist eher eine ungeschriebene Benimmregel. Der Bundeskanzler sollte sich auch im privaten Leben so verhalten, dass es dem Amt angemessen ist. Das bedeutet so viel wie, er sollte sich besser an Regeln und Gesetze halten. Wäre schon seltsam, wenn der Bundeskanzler Klingelstreiche macht oder draußen wild irgendwo hinpinkelt. Drittens. Er sollte auch während seiner Hobbys immer erreichbar sein. Also nicht einen Tag ohne Handy im Wald verschwinden. Denn wirklich frei hat er nie. Über Olaf Scholz' Hobbys ist bekannt, dass er gerne joggt, rudert und Königsberger Klopse kocht. Nicht die verrücktesten Hobbys, aber offenbar so waghalsig, dass er sich dabei ein blaues Auge geholt hat. Und dann geht es weiter. Vielen Dank.